Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Dresden. Das Objekt wurde 1920 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 65.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.